willkommen ihr lieben zu einer folge clash of clans mit mir dem torsten ja es gab balance änderungen ihr habt das sicherlich gestern schon bei dem einen oder anderen mitbekommen beziehungsweise übers wochenende mitbekommen oder ihr habt das auf den social media kanälen gelesen also auf x ehemals twitter oder andersrum twitter ehemals x je nachdem wie man das sieht aber wir gehen die kurz mal im einzelnen durch ich will auch noch ein kurzes einstiegsvideo in diese woche machen und ihr braucht diese informationen noch nicht im deutschen klein suchen im deutschen client gibt es diese informationen noch nicht ihr müsst also ein bisschen warten bis die übersetzungen kommen oder in den englischen live blog reinschauen beziehungsweise im deutschen live blog aber ich denke mal es wird auch irgendwann mal eingedeutscht wo war ich stehen geblieben ach so ja bei dem berlin ständers ihr braucht die nicht im deutschen klein zu suchen aber ich denke mal sie werden dann irgendwann im deutschen client auch verfügbar sein also wir gehen mal rein und es betrifft natürlich vor allen dingen also man braucht ja gar nicht lange gucken alle haben natürlich darauf gehofft und es ist ja auch so eingetreten dass die rootreiter auf jeden fall ein ein ziemlich dicken nerf sogar bekommen haben aber was mich jetzt von mir also es sind ja balance changes also die balance soll ja wieder hergestellt werden und da ist einiges jetzt an balance dann auch bei der defensive gekommen wobei ich noch nicht verstehe der wizard tower auf 15 also die fans level 15 macht nach wie vor hat hat die gleichen hit points behalten also alte und neue hit points hinter gleich geblieben aber auf 14 13 12 11 10 9 bis 9 runter haben die etwas weniger hit points das heißt also im moment wenn ich jetzt noch nicht die truppen betrachte gut für den angreifer weil die ganzen sachen weniger hit points haben gut für den angst schlecht für den verteidiger weil er jetzt natürlich wieder überdenken muss wo stelle ich meine sachen hin wo haue ich die dps raus die atlaterie macht auch etwas weniger schaden das heißt also auf level 1 2 3 4 5 und auf level 6 also tuto komplett hier runter einmal finde ich in ordnung die macht nach wie vor ziemlich viel wumms allerdings glaube ich fehlt hier in der aufzählung der der monolith der macht ja auch noch immer noch extremst damage aber das ist auch so gewollt denke ich mal der inferno tower auf multi macht überall ein bisschen weniger dps also nach wie vor sage ich ihr müsst immer im hinterkopf behalten gut für den angreifer nicht so gut für den verteidiger dann haben wir den 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 single entfernt der macht jetzt auch ein bisschen weniger damage also er baut die damage ja im laufe seines strahls oder ziels hier auf und on several other damages oder defensives was ich habe doch gescrollt komisch ne ich bin noch gar nicht disconnect gegangen ich habe doch oder 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 zählt scrollen nicht dazu das scrollen sind wahrscheinlich nicht nicht mit dazu man meint man ist inaktiv im game okay wo waren wir stehen geblieben also auch die archer tower auf 12 13 14 und so weiter haben einen kleinen nerf bekommen und der x bogen macht jetzt auch ein bisschen weniger damage rathaus 12 weapon das weiß ich jetzt nicht was das heißen soll ob das jetzt andere sachen sind ach so die rathaus 12 wachen ach so die waffe also dass das rathaus wird wird das ja sein das rathaus wird das ja sein oder 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 die waffe des rathauses je nachdem was dann noch hoch geht und der todes der mit stand am ende ist extremst reduziert worden leute von 1000 runter auf 500 550 donnerwetter das ist aber echt schon immer noch gut für den angreifer kanonen machen auch jetzt kommen sie schenisch und den trops ja also ein hoch auf die hog rider ein hoch auf die hybridspieler unter uns die hog rider machen auf allen level etwas mehr damage etwas mehr damage allerdings auch nur bis hog rider 10 das heißt also ich habe die hog rider hier auf level was habe ich die auf level 13 da ist der damage so geblieben okay betrifft also vor allen dingen kleinere rathaus stufen denn 10er hog rider das müsste rathaus level 13 sein das müsste rathaus level 13 sein hatte wo waren wir waren hier bei den hochradern das ist rathaus level 13 die bowler auch bis auf bowler level 6 hoch die valkyren auf 678 okay die hexen auf 45 da müssen wir mal genau schauen aber hier haben wahrscheinlich jetzt viele genau hingeschaut die route rider gerade die route rider 3 von 230 halbiert auf 115 echt halbiert route rider auf 2 auch halbiert 210 auf 105 und die route rider auf level 1 auch auf 95 runter aber ihr müsst jetzt auch bedenken wir wollen ja gleich kurz mal ein test machen ihr müsst auch bedenken dass die defensive da hat dementsprechend auch angepasst wurden sind die jetzt immer noch op oder sind sie jetzt nicht op auf den hit points also es gibt auch neue treffer punkte dann an der an der jeweiligen truppe also treffer punkte oder hiel points heißt es im englischen immer und die liste ist ziemlich lang und auch hier die route rider einen kleinen nerf bekommen aber ob das wirklich ausreicht das werden wir gleich sehen ich würde ganz gerne jetzt damit mal einfach mal damit ein angriff machen oben wie gesagt so ein bisschen in die woche reinzukommen meine klaren book ist voll ich gehe in die suche ja 8 97 da gehe ich noch nicht in die legende ich war wieder ich war wieder einer ultra knapp dran leute ultra knapp dran und ja guck mal so ein so ein nehmen wir gleich mit wo mal ich jetzt eigentlich das dunkle nicht mehr brauche sondern nur noch gold und silber sage ich immer gold und alex da ich keine 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 gebäude mehr machen muss sondern nur noch mauern und gar nicht mal so schlecht aus ok lassen wir gerade checken hier ob ob wir das da wegkriegen aber gerade gucken dann kann ich den nämlich mal tatsächlich mal an anders mitnehmen hier als 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 von werfer hat aber der muss aber richtig weit jetzt rein fahren gleich und dann nehmen wir hier unsere queen mit drin mal gucken wie die so rennt einen davon mit rein ok da haben wir schon ein erwischt sehr schick sehr schick das ist sehr cool dann machen wir das lager weg und lassen wir mal mag mag mal gucken wir lassen die queen da mal rein laufen ist es ist im moment es ist im moment eine komische kombi ich weiß auch meine hütte hat schon erwischt da steht meine hütte hat schon erwischt ok dann müssen wir rein dann müssen wir hier rein in die in das dorf hier jetzt weiß ich natürlich auch gar nicht warum habe ich eigentlich drei mauerbrecher mit dabei aber okay ist egal gehen wir somit rein der dicke hier den friesen wir erstmal weg noch sieht ganz gut aus sind die route rider noch ausreichend stark um das ganze hier zu toppen wir werden wir werden wir werden sehen wir werden sehen so da nehmen wir den mal mit und jetzt gehen die natürlich alle erst fürchterlich nach außen gehen die alle erst fürchterlich nach da ok die gehen ja auf die nächste defense allerdings bin ich jetzt auch nein 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 das ist auch nicht gut das ist auch nicht gut da hinten aber meine route rider sind noch mit dabei und da die machen aber immer noch ganz 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 netten damage hier das ratos macht halt nicht mehr so viel da kann wir jetzt mal eben die ganze meute hier in die unbesiegbarkeit bringen ich glaube hinten die der inferno und auch der die kanone machen da jetzt gerade massiv der match der kundig da wird noch ein bisschen weggegiftet von mir hier unten sieht es auch noch ganz gut aus ok und ja da könnt ihr jetzt eure meinung dazu sagen jetzt werdet ihr sagen ja tut oder hatte keine klaren bruch das dorf war ja gar nicht so stark und du hast ja viel zu viele hocks allerdings sind das auch level 13 hocks das heißt die haben ja jetzt keinen so fetten buff bekommen so heißt das ja wenn etwas verschlimmessert wurde bei bei super cell wir haben hier noch eine queen die hat jetzt allerdings auch nur noch ihre unsichtbarkeit mehr nicht und da steht noch ein bisschen viel defense vor allen dingen die kanone und vor allen dingen der worden strahlen ist echt der ist echt fiese der ist wirklich viel der bret mir jetzt ein heiler nach dem nächsten weg wenn sich queen jetzt nicht mal drum kümmert kümmere dich mal nein ja ich meine gehe ruhig aufs dunkle ist auch in ordnung ich kann es ja in der schmiede ganz gut gebrauchen aber ihr könnt mir gerne in die kommentare schreiben ob das jetzt genervt war also passen jetzt nerf und buff oder passt das nach wie vor nicht also bei mir jetzt bei den einen angriff hier da passt das auf jeden fall nicht das wird ein time fail denke ich mal aber hinten ist auch noch ein bisschen defense übrig geblieben vielleicht kriegen wir noch das elex lager während schick immer noch dann ist auf null oder nicht ganz okay nicht ganz aber dennoch ein paar sternchen bekommen und noch nicht in die lg gerutscht einen schönen bonus dieser bonus resultiert ja glaube ich aus dem letzten eventen aus diesem haaland ding den ich haaland ding sondern aus dem mach mal zerstöre ganz ganz viele rathäuser und ihr bekommt hier den schönen stern stern bonus mit dazu inklusiv der der sachen die die dort gefordert sind beziehungsweise die es hier zum upgraden in der schmiede gibt meine schmiede läuft bald ein bisschen über ich muss extremst mal was level ich weiß aber auch noch nicht wo da die reise hingeht da müsst ihr mich halt in den live streams unterstützen ich hoffe die kleine aber feine folge hat euch trotzdem zum wochenstart gefallen wenn ja dann lasst mir einen daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen kommentieren nicht vergessen was ihr von den bellingstand changes haltes sind die notwendig gewesen dadurch dass jetzt natürlich so viel defense auch genervt wurde ist der bonus den man bei den hog ridern jetzt abgezogen hat also der nerf an den hog ridern ist er jetzt weg oder hat sich das eher egalisiert egal wie schwach du die hog rider machst die root rider machst machst du die defense dann dazu auch schwächer stärkt das natürlich nur andere angriff strategien und egalisiert vielleicht nur die die root rider weiß man noch nicht genau aber ich denke mal die haben jetzt ihren dritten nerf glaube ich bekommen und ob es reicht oder nicht werden wir sicherlich im laufe vor allen dingen der liga sehen ob die leute immer noch nur noch mit gut reitern angreifen oder sehr sehr viel mit gut angreifen oder ob sie es anders machen so verabschiedet hat mich schon hab noch einen netten wochenstart leute und dann sehen wir uns in weiteren videos und in den live streams bleibt also im kanal dran bis dahin danke für eure aufmerksamkeit euer toto clasht